Welche Waffe sollten die Deutschen ergreifen, um gegen Babel zu bestehen? Eine Antwort könnte das zehnte Kapitel vom Matthäus-Evangelium liefern. Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Nein, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater, die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter zu entzweien. Und die eigenen Hausgenossen werden einander feindselig gegenüberstehen. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Der allerhöchste und lebendige Gott hat also ein Schwert gebracht. Dieses Schwert scheint Hausgenossen voneinander zu trennen. Zugegeben hört es sich nicht sonderlich attraktiv an, ein Schwert zu ergreifen, durch das die eigenen Hausgenossen zu Feinden werden. Was hat es mit diesem Schwert auf sich? Was ist das für ein Schwert, welches möglicherweise als Waffe gegen Babel in Frage kommt, aber die eigenen Hausgenossen zu Feinden macht? Eine Antwort ist im 19. Kapitel der Offenbarung zu lesen. Aus seinem Munde geht ein scharfes Schwert hervor, mit dem er Völker niederschlagen soll, und er wird sie mit eisernem Stabe weiden. Und er ist es, der die Kälte des Glutweins des Zornes des Allmächtigen tritt. Es geht also ein Schwert aus einem Mund hervor, welches ganze Völker niederschlägt. Was soll das bedeuten? Aus einem Mund kommen doch normalerweise Worte heraus. Welches Schwert kann aus dem Mund hervorgehen und dadurch ganze Völker niederschlagen? Eine Antwort liefert das 6. Kapitel des Epheserbriefs. Denn wir haben nicht mit Wesen von Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den überirdischen Mächten, mit den teuflischen Geweihten, mit den Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit den bösen Geisterwesen in der Himmelswelt. Darum nehmt die volle Waffenrüstung Gottes zur Hand, damit ihr imstande seid, am bösen Tage Widerstand zu leisten, alles gut auszurichten und das Feld zu behaupten. So stehet also da, an den Hüften gegürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, an den Füßen beschut mit der Bereitschaft, die Heilsbotschaft des Friedens zu verkünden. Zu dem Allem ergreift noch den Großschild des Glaubens, mit dem ihr alle Brandgeschosse des Bösen zum Verlöschen werdet bringen können. Nehmt auch den Helm des Heils an euch und das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. Es soll also ein Schwert des Geistes ergriffen werden, welches das Wort Gottes ist. Ist das Schwert des Geistes auch das Schwert Gottes? Diese Frage könnte das vierte Kapitel vom Johannes-Evangelium beantworten. Gott ist Geist. Gott ist also Geist. Daraus könnte geschlussfolgert werden, dass das Schwert des Geistes auch das Schwert Gottes ist. Ist es daher denkbar, dass es sich bei dem Schwert Gottes um das Wort Gottes handelt? Ist das Wort Gottes etwa wie ein Schwert, das ganze Völker niederschlagen kann? Solch ein Schwert, das ganze Völker niederschlagen kann, dürfte sicher eine hervorragende Waffe gegen Babel sein. Ist das Wort Gottes somit die Waffe, welche die Deutschen gegen Babel ergreifen sollen? Aber diese Waffe scheint eine unangenehme Kehrseite aufzuweisen. Denn diese Waffe scheint den Unfrieden in das eigene Haus zu bringen, da es Hausgenossen voneinander scheidet. Doch warum wird der Träger dieser Waffe von seinen eigenen Hausgenossen getrennt? Warum werden die eigenen Hausgenossen zu Feinden, wenn das Schwert Gottes ergriffen wird und das Wort Gottes ausgesprochen wird? Ist es denkbar, dass derjenige, der das Schwert Gottes ergreift und das Wort Gottes ausspricht, von seinen eigenen Hausgenossen verlacht, ausgestoßen und verfolgt wird, wodurch die Hausgenossen zu Feinden werden und eine Trennung erfolgt? Wenn zum Beispiel Muslime umkehren und sich dem Wort des Allerhöchsten und Lebendigen Gottes zuwenden, werden sie oftmals von ihren eigenen Eltern verstoßen. In solchen Fällen scheint sich der Ausspruch zu erfüllen, dass die eigenen Hausgenossen zu Feinden werden. Denn aufgrund eines anderen Glaubens verstoßen manche Eltern ihre eigenen Kinder und stehen ihren eigenen Kindern feindselig gegenüber. Auch hierzulande kann es beispielsweise problematisch werden, wenn Onkel Dieter plötzlich umkehrt und versucht, das Wort Gottes in seine eigene Familie hineinzutragen, weil er erkannt hat, dass nur das Wort Gottes seine Familie retten kann. Onkel Dieter wird plötzlich der komische Würrkopf sein und von seiner Familie verlacht werden. Auch in solch einem Fall scheint sich der Ausspruch zu erfüllen, dass die eigenen Hausgenossen zu Feinden werden. Gott bricht stets die Traditionen der Menschenwelt. Wenn die Traditionen der Menschenwelt gebrochen werden, dann ist Unfrieden, Entzweihung und Feindseligkeit vorprogrammiert. Wer somit das Schwert Gottes ergreift und das Wort Gottes ausspricht, dem wird die Welt feindselig gegenüberstehen. Und warum ist das so? Eine Antwort liefert das siebte Kapitel vom Johannes-Evangelium. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Die Welt hasst also Gott und das Wort Gottes, weil das Wort Gottes bezeugt, dass die Werke der Welt böse sind. Solange der Mensch nicht nach dem Wort Gottes greift, ist für den Menschen in der Welt alles in Ordnung, weil er nicht in die Versuchung fallen kann, das Wort Gottes auszusprechen. Denn er denkt, handelt und fühlt so, wie es dem Zeitgeist der Welt entspricht. In diesem Zustand kann die Welt den Menschen auch nicht hassen, weil der Mensch ein Teil der Welt ist und Bösartigkeiten verrichtet, die von der Welt als gut und richtig angesehen werden. Jedoch ist es zu beachten, was die Welt als gut und richtig ansieht, ist nicht in den Augen Gottes gut und richtig. Denn die Maßstäbe des Menschen sind nicht die Maßstäbe Gottes. Erst wenn der Mensch das Schwert Gottes ergreift und das Wort Gottes ausspricht, wird der Mensch für das Aussprechen des Wortes Gottes gehasst werden, weil er das Wort ausspricht, welches bezeugt, dass die Werke der Welt böse sind. Somit ist das Wort Gottes eine hervorragende Waffe gegen Babel und die Gräueltaten dieser lebensfeindlichen und wiederchristlichen Macht. Auch kann Babel nur mit dem Wort Gottes niedergeschlagen werden. Keine andere Waffe ist dazu imstande. Doch warum ist das so? Weiter geht es im nächsten Teil der Quellenschau. Die Broschüre zum Thema kann auf ewige-bildung.de kostenlos zum Weiterverteilen und in größeren Stückzahlen bestellt werden. Komm auch in die Gemeinschaft.